Grüß Gott, willkommen. Das ist also jetzt die Entscheidung von der österreichischen Meistertitel. Wir haben die Kürtel auch gesehen zuvor. NME-Regeln hier, die bei diesem Kampf gelten. Wie gesagt, Hauptsache die Unterschiede zu den Keyworden ausgetragenen Kämpfen im Vorfeld, dass wir auch an den Kürtel weitergekriegt und geschlagen werden kann. Und dass die Zeit hier mit der 2x 3 Minuten, sondern 5 Minuten, 5 Minuten, 5 Minuten, 5 Minuten. Also, auf geht's her, in die erste Runde. Viel Spaß, alles gut, mit Erhard Kampall aus der Runde. Nur eher als Kraminger aus der Runde. Wie kannst du, wie weit brauchst du dich? Ist der drüben Scheinabend? Hallo, Römer, 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 Römer. Römer, 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 R Wählhalt! 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 Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.